Ja, und jetzt können wir in Kapitel 6 reingehen, also, ach, ne, Episode 6 heißt es eigentlich, aber warum Kapitel 6 eigentlich, das ist ja, ja, steht hier Kapitel 6 einfach mit dem, zum Kampf von, gegen Count Doku, Mann, warum verspreche ich mich heute so oft? Ach, ja, ich hab heute zu viele Let's Plays gedreht, das merkt man wohl, ne? Angriff der Klonkrieger. So, überspringen. Und da seht ihr das Video. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Entweder hab ich den Kampf auf, äh, hab ich den, ah, ne, ach, ich hab das mit einem anderen Level verwechselt, ach so, ich dachte schon, hab ich den Kampf auf meinem Main, äh, also auf meinem Hauptdingens nicht gemacht, oder warum kann ich mich daran nicht erinnern? Ja, das ist dieser Typ da, ich weiß nicht, wie der heißt, namens mir entfallen, oder, ne, ich kenn den jedenfalls, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, äh, in den meisten Fällen so, dass ich die alle kenne, aber nicht weiß, wie die alle heißen. Das ist immer so. Aber was muss ich hier machen? Da drauf. Und dann, äh, oh, ach so. Du musst dann da hoch. Ja, ich bleib da drauf stehen. Und dann? Was ist dann? Ach so. Ach so. Ja. Äh, wie komm ich denn da hoch? Ach so. So? Nee. Ah, nee, 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 nee. Das war falsch, oder? Oder wie kann ich jetzt die Tür öffnen? Da? Okay. Ach so, da. Da war das Richtige. Ich möchte das andere jetzt nicht unbedingt haben. Deswegen mach ich das so. Ey. Sprich. Ey, nicht runterfallen. Hä, hä, hä. Du bist mir auch einer. Du fällst da einfach runter. Da, oh, oh, du bist einer. Äh, ja. Jetzt kannst du runterfallen, aber, ja. Hallo? Hallo? Äh. Ja. Steh mir nicht im Weg, ey. Boah, ich hasse den. Ah. Nee, folg mir nicht. Du bist so einer. Komm. Ach so, du musst da hoch. Ach so, dann sag mir das doch gleich. Ja. Sag mir das doch gleich. So. Und jetzt gehen wir runter. Und jetzt haben wir den Typen wahrscheinlich vor uns. Ah, jetzt können wir doch gleich, glaube ich, mit Meister Yoda spielen, oder nicht? Der kommt doch gleich. Ja, das ist... Der kommt gleich, glaube ich, oder? Hallo? Ey. Du, du... Du bist einer. Hallo? Du machst mich nicht tot. Hä, hä. Ah, das ist ein lustiger Typ hier. Aber, nee. Der wird mich auch nicht totkriegen können. Also, das kann ich euch versprechen. Wobei, totkriegen einmal schafft er. Ah, nee. Da bin ich tot. Ich meine, dass ich aufgebe. Das, ja. Totkriegen kann er mich, so viel er möchte. Aber, äh. Hallo? Hey, was ist das? Aua. Hey. Oh. Ach so. Ach so. So geht das nochmal. So. So muss man dann diese Kisten auf den Mengen. Das ist auch toll. Ach so, der hieß irgendwas mit D oder so, ne? Ich hab das ja vorhin, vorhin in der, ähm, ja, als wir reingegangen sind, hab ich das vorgelesen. Da wusste ich das noch, aber... Der hat so einen komplizierten Namen, deswegen weiß ich das jetzt nicht. Oh, was passiert denn jetzt? Jetzt kommt, glaub ich, Meister Yoda, oder? Ja, oder? Oder? Kommt der jetzt? Ich weiß nicht. Oder verwechsel ich das? Oh, der hat den die Hand abgehackt. Oh Gott. Das ist aber echt mies, also... Der hat den die Hand abgehackt. Da, hab ich doch gesagt, der kommt Meister Yoda. Hahaha. Ja, der ist cool. Sein Kampfstil, den mag ich voll. Ja, guckt euch den an. Uiuiui. Ich mag den Kampfstil von dem Yoda. Der ist cool, der ist voll stark. Naja, ist auch nicht umsonst ein Meister, also... Ja, mit dem zu spielen macht irgendwie voll Spaß. Also, das ist irgendwie voll geil. Oh. Ja. Äh, schnell den Dingens wechseln. Hallo, wechseln, wechseln. Und jetzt müssen wir den damit attackieren. Und so geht das. Oh, oh. Äh, düt, 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 hopp. Wir schnell wechseln und dann... So. Jetzt haben wir dem aber Schaden hinzugefügt. Aua. Ey, tut mir nicht weh. Dann müssen wir wieder wechseln. Äh, denn der Yoda läuft sonst langsam. Und da. Jetzt, das ist so eine typische Attacke von diesem Boss hier. Ja. Und jetzt machen wir das mal mit Yoda. Oder? Hui. Äh, das ist immer lustig. Yoda mach hin. Also, ich mag den. Also, die Attacke von dem, die sind so cool. Also, ich... Den, äh, den spiel ich so richtig gerne. Weil es ist ja auch ein Meister. Also, ja. Meister kann es nicht mit den anderen vergleichen. Oh, da ist... Da ist ein Powerball. Den möchte ich mir gerne holen. Power ab. Hui. Kann man damit zwei Stände... Äh, so zwei Leben ziehen. Ich weiß nicht. Also, ja. Nee, doch nicht. Also, das ist irgendwie... Ja. Doch irgendwie die Verschwendung. Aber... Erstmal nur unverwundbar. Und jetzt haben wir ihn getötet. Mit Meister Yoda. Hä? Was ist denn jetzt mit Yoda los? Hallo. Achso, der macht das da weg. Hm. Da kommen noch zwei andere. Und der flieht. Ach, der entkommt uns mal wieder. Toll. Ach. Ja, der ist uns entkommen. Das tut mir aber echt leid. Also... Ja, ich konnte ihn nicht auffalten. Episode 2 gemeistert. Super Story freigeschaltet. Uh. Ich hab Meister Yoda freigeschaltet. Juhu. Der ist cool. Ich mag den. War er hier, die nur zu 8%. Ja, weniger... Also, besser als 0% finde ich. Ja. Gut. So. Story beenden. Wir beenden die Story einfach. Guck mal. Hier. Jetzt kommt noch der Storyabschluss. Glaub ich. Oh, er flüchtet auf da hin. Da sieht man mal, wie schlimm die sind. Flüchten einfach irgendwo zu anderen Leuten. Sieht man mal, die haben keine Eier in die Hose. Die sind in der Hose. Die sind so feige. Ehrlich. 11% geschafft. Ja. Damit haben wir jetzt Kapitel 2 auch geschafft. Also abgeschlossen. Das ist schön. Jetzt fehlen uns nur noch 4 weitere Kapitel. Und dann hätten wir das Spiel eigentlich auch geschafft. Ja. Das wäre, denke ich mal, das Beste, wenn wir dann irgendwann mal das Spiel geschafft haben. Aber wir laden jetzt erstmal... Was macht... Och. Ist der so langsam? Guck mal, Yoda. Der geht so langsam. Oh, Gott. Ah, ne. So geht er nicht langsam. Wobei, guck mal, wie der läuft. So mit so einem Stock. Das ist doch mal... Das ist cool. Mit so einem Stock. Wie so ein... Das sieht lustig aus. Ja. Jetzt gehen wir rein in Episode 3. Die Rache des Sith. Und die könnt ihr dann im nächsten Part euch angucken. Und die Rache des Sith.